Heute möchte ich mal über deine Fähigkeit sprechen, sie zum Orgasmus zu bringen. Und es kann sein, dass du sagst, nee, das ist keine Fähigkeit von mir, das geht mich ja gar nichts an. Oder du bist vielleicht ganz unter Druck und denkst, ja, ich muss das unbedingt können und wissen. Und natürlich ist wie immer der Mittelweg vielleicht am erfolgreichsten für deine Aktivität oder für deine Fähigkeit. Mein Lieber. Ja, also hier im Video und generell in meiner Arbeit spreche ich ja die Dinge so an, wie sie vielleicht sonst nicht angesprochen werden. Und ich habe das, glaube ich, auch noch nirgendwo so gelesen. Es ist eine Fähigkeit, sie zum Orgasmus zu bringen, eine männliche Fähigkeit. Aber ich kann dir eins sagen, für den besten Liebhaber oder für einen guten Liebhaber gehört diese Fähigkeit auf jeden Fall mit ins Portfolio. Und dieser Mann, der beste Liebhaber, der kann auch die zehn Arten des Orgasmus, kann er. Ja, vielleicht nicht alle zehn, aber ein paar, so. Und wenn du immer noch sozusagen überlegst oder dir nicht sicher bist und lamentierst in deinem Geist, ja, ist es jetzt eine Fähigkeit, muss ich die können oder nicht? Brauche ich die Fähigkeit wirklich? Geht es mich denn wirklich was an, ob sie jetzt kommt oder nicht? Ja. Kann ein Mann, der sich klar ist, weil er weiß, dass die Freude der Frau auf ihn zurückspiegelt, kann der Mann dann viel leichter agieren? Weil er hat diese Entscheidung schon getroffen und gesagt, ja, diese Fähigkeit möchte ich gerne haben und es ist eine männliche Fähigkeit. Es ist, wenn nicht sogar die männliche Fähigkeit, bei einer Frau in der Hingabe zu halten und immer wieder zur Explosion zu bringen, ist ja wohl eine grundlegende Fähigkeit, die für die Beziehung, aber natürlich auch für die sexuelle Freude und Lust sinnvoll ist. Ja, so. Also, sag mir doch einfach nach. Ja, ich möchte diese Fähigkeit erlernen. Ich erlerne diese Fähigkeit. Dankeschön. Und der zweite Punkt ist, das zu tun aus einem Füllegefühl, also aus dem Überschuss, könnte man sagen. Ja, also nicht zu sagen, ja, ich muss es jetzt lernen, deswegen habe ich dich jetzt das gerade nachsprechen lassen. Du musst es nicht lernen, sondern du darfst, du kannst es lernen. Und das ist für eure Freude und für den Ausdruck miteinander viel, viel förderlicher. Ja, wenn du dich damit auskennst, ja, das heißt, du machst es nicht als Bittsteller. Ja, komm bitte Frau, ich will jetzt, dass du zum Orgasmus kommst. Komm, ich mach's dir. Wie soll ich's denn machen? Sondern du machst es, weil du es willst und weil du ein geiler Typ bist. Und weil du es kannst. Und weil es leicht ist. Und weil du dich dabei entspannst. Also der Schlüssel hier ist, dass du dich nicht schlecht fühlst, sondern dass du dich gut fühlst. Und dass du es magst, sie zum Orgasmus zu bringen. Also hier die Frage, mein Lieber. Magst du es, sie zum Orgasmus zu bringen? Und wenn nicht, was hindert dich, es zu mögen? Und da haben wir wahrscheinlich ganz viele Schmerzthemen. Hier möchte ich dich gerne einladen zu meiner kostenlosen Beratungssession. Ja, wenn du da über irgendwelche Themen oder Erlebnisse nicht drüber hinweg kommst. Melde dich einfach bei mir. Und dann sprechen wir darüber. Und dann finden wir einen Weg, wie das anders geht. So, und wenn du aber sie zum Orgasmus bringen magst und da wirklich auch Bock hast und es für dich sich nach Freude und nach Lust anfühlt, ja, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. So, dann darfst du jetzt hier lernen. Ich werde dir jetzt gleich nochmal aufzählen, was diese zehn Arten des Orgasmus sind und wie du die erreichen kannst. So, ich zähle die mal eben nochmal auf. Wir haben den klitoralen Orgasmus, den meistens oder den in der Regel alle kennen und der ja auch ganz schnell zu zaubern geht. Nicht nur für ihn, sondern auch für sie selbst. So, dann haben wir den vaginalen Orgasmus. Der drückt sich nochmal aus im G-Punkt-Orgasmus, im A-Punkt-Orgasmus, im Squirting-Orgasmus. Dann haben wir den Harnröhren-Orgasmus, den analen Orgasmus, den Brustwarzen-Orgasmus, den Ganzkörper-Orgasmus und den multiplen Orgasmus. So, und ja, den kann man alles, also man kann das erleben als Frau, wenn der Mann eben diese bestimmten Techniken drauf hat. Und wenn er dabei eben in der Fülle ist und wenn er cool bleibt und wenn er ruhig bleibt und wenn er einfach sein Ding durchzieht und die Führung übernimmt. Und eben spürt, was sie gerade braucht und welcher Hebel es sozusagen ist. So, und du merkst jetzt gerade schon, das sind ein paar Eigenschaften, die du dafür, ja, erlernen darfst. Und das kann ich jetzt hier nicht so einfach in diesem Video alles erklären. Deswegen habe ich dafür einen 90-Minuten-Online-Kurs erstellt, weil ich weiß, was das für ein Riesenthema ist und wie toll das ist, wenn du das als bester Lieferber auch bei deiner Partnerin anwenden kannst und dann nicht nur denkst, ja, ach, der Kleinwagen reicht doch. Und dich dann wunderst, weil bei vielen Paaren ist es so, dass sie dann einfach, sie will dann ganz schnell kommen und dann muss er sofort auch gekommen sein am besten und dann ist es ruhig und soll wieder weiter geschlafen werden. Ja, so ist das bei vielen Paaren nach vielen Jahren oder nach ein paar Jahren. So, und da möchte ich einfach, dass ihr da besser aufgestellt seid. Natürlich jetzt ihr Männer, aber Frauen können da auch noch was tun und das wäre dann eine andere Baustelle. Da mache ich ja auch ein paar Sachen zu. Also, in diesem Sinne, schau dir das mal an, ja, ich kann es dir wirklich ans Herz legen, weil wenn du da sicherer bist und mit einer guten Einstellung und einem offenen Herzen, dann wird es dein Sexleben ins, naja, wie soll ich sagen, einfach verdoppelt so leicht und freudvoll anfühlen lassen.